Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Frage, ob man nachhaltig eine Jobperspektive in der Energiewirtschaft haben kann. Heißt also, wie sehr wird sich eine Automatisierung auf die Energiebranche auswirken? Wie sehr werden Jobs in Zukunft vielleicht gar nicht mehr vorhanden sein? Macht es also heute für mich Sinn, als junger Mensch zum Beispiel jetzt die nächsten Jahre und Jahrzehnte in der Energiewirtschaft verbringen zu wollen? Kurze Antwort, Spoiler-Gefahr, ja, auf jeden Fall, gar keine Frage. Lange Antwort, naja, es kommt halt ein bisschen drauf an, denn natürlich verändert sich diese Branche enorm, gerade auch nochmal über die nächsten Jahre. Was ist erstmal die Grundlage von allem? Wir haben in der Energiewirtschaft verschiedenste Arten von Unternehmen. Wir haben unter anderem 900 Netzbetreiber, wir haben 1300 Stromversorger, wir haben nochmal 1000 Gasversorger. Also wenn man so alle Versorgungsunternehmen zusammen nimmt, sind es irgendwas wie anderthalb Tausend, die eben für verschiedene Dinge wie Stromversorgung, Gasversorgung, Wärmeversorgung und so weiter zur Verfügung stehen. Manchmal ist Wasser auch noch im Stadtwerk mit abgebildet. Da muss man natürlich unterscheiden, ist es ein Stadtwerk, was für die Daseinsvorsorge vor Ort in der Stadt verantwortlich ist, damit also auch öffentlich-rechtlich einen ganz klaren Auftrag hat und dementsprechend auch immer diese Aufgabe übernehmen muss. Oder ist es ein freies Energieunternehmen, vielleicht sogar ein größerer Konzern, der wettbewerblich unterwegs ist, aber vielleicht eben auch ein bisschen schneller, weil privatwirtschaftlich organisiert ist. Naja, das gibt halt so verschiedene Ansätze. Dann gibt es ja aber auch noch jede Menge weitere Unternehmen so drumherum. Allein die Dienstleistungsbranche für Energiedienstleistungen, also Energieeffizienz, Energiemanagement, da müssen dann spezielle Büros eben Kennzahlen berechnen und schauen, mit welchen Maßnahmen hier ein Unternehmen zum Beispiel in Zukunft Energie einsparen könnte. Das ist ein ganz wichtiger und wachsender Bereich. Aber auch alle anderen Dienstleistungsansätze für die Branche selbst, also Consultinghäuser, Beratungsunternehmen, die den Häusern helfen. Da sind in der Energiewirtschaft unglaublich viele unterwegs, aber auch die klassische Outsourcing-Dienstleistungsbranche, also BPO nennt sich das ja Business Process Outsourcing. Da sind tausende Menschen in der Energiewirtschaft unterwegs, um einfach so Alltagsprozesse zu übernehmen, die outgesourced wurden und dann eben im Stadtwerk selbst nicht mehr komplett abgebildet werden, meistens wegen Personalmangel. Das ist nun auch genau der Ansatz, warum es überhaupt diese Branche gibt. Die Energiewirtschaft selbst findet nicht genügend Mitarbeiter, die hier diese Jobs erfüllen, die zumindest heute noch vorhanden sind. Und natürlich auch der Weiterbildungssektor, also Akademien in der Branche, aber auch noch alles weitere so drumherum. Vor allem natürlich aber auch der Erzeugungsbereich. Also wenn es darum geht, dass man jetzt sicherlich in Zukunft nicht mehr Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, also fossilbetriebene Kraftwerke bauen wird, dementsprechend aber auch der Betrieb irgendwann ein Ablaufdatum hat. Der Kohleausstieg ist beschlossen bis 2038 spätestens. Die Branche selbst sagt, sie wird ziemlich sicher früher schon raus sein. Auch die Branchengrößen sagen, das wird vorher schon vorbei sein. Und daneben ist dann aber ein deutliches Wachstum natürlich bei den Erneuerbaren nötig. Nur werden halt bei erneuerbaren Energien nicht unbedingt Leute in einem Kraftwerk sitzen und dort herumhantieren, sondern die werden an anderen Stellen beschäftigt sein. Also vor allem die Planung, die Projektierung, der Bau und dann später die Wartung dieser Anlagen. Das wird ein extrem wachsendes Feld noch sein, weil wir ja wirklich Millionen neue dezentrale Erzeugungsanlagen bauen müssen und natürlich auch Speicher bauen müssen und Elektromobilitätsinfrastruktur bauen müssen. Und dann wird es im Hintergrund natürlich Leute geben, die das Ganze auch abrechnen müssen, managen müssen, die Daten melden müssen und nochmal Sachen klären müssen. Also das wird es dann alles noch geben, aber eben so ein bisschen anders als bisher. Und wichtig ist natürlich auch, es geht dabei ja um kritische Infrastruktur. Das heißt, der Netzbetrieb, der wird genauso eher ein gleichbleibendes Feld sein, wo ganz klar ist, da wird es immer Personal geben, was Sachen klären muss, was prüfen muss, ob hier alles ordentlich läuft. An diesen Stellen, gerade wenn es um kritische Infrastruktur gibt, ist das Automatisierungspotenzial nicht unendlich. Das erschöpft sich dann relativ schnell, wenn es eben darum geht, Entscheidungen zu treffen, zu interpretieren, welches Szenario hier gerade zutrifft und was man jetzt machen sollte. Auch wenn es um Vermarktung geht, ist, sagen wir mal, das Echtzeit-Trading an der Strombörse, ja klar, das kann man automatisiert viel besser machen, als wenn ein Mensch auf den Knopf drücken muss. Aber die Gesamtstrategie und die Interpretation von Veränderungen, das ist dann doch meistens aus dem menschlichen Kopf besser als von irgendeinem Algorithmus. Heißt, wir haben auf der technischen Seite Erzeugung, Netz, aber auch Messstellenbetrieb eher ein mindestens gleichbleibendes, wenn nicht sogar wachsendes Spektrum an Jobs, die sich nur eben verändern werden. Auch im Messstellenbetrieb wird es in Zukunft mit dem Smart Metering und mit dem auf dieser Grundlage noch deutlich breiteren Leistungsspektrum, Smart Home auf Smart Metering Basis, Smart City Sensoren auf Smart Metering Basis, die dann kommunizieren über diese gleiche Infrastruktur, alle möglichen Mehrwertservices, die dann hier laufen könnten, gerade im betreuten Wohnen oder in Quartieren, wo ganz viel dann natürlich auf der Smart Meter Basis laufen könnte. Das ist alles Technologie, Handling, was von irgendjemandem gemacht werden muss, der auch mit diesen Technologien umgehen will. Und das ist natürlich wieder eine Generationenfrage. Die alten Hasen und das Durchschnittsalter in Stadtwerken ist nun mal auch relativ hoch. Die alten Hasen kennen sich mit ihrer klassischen Infrastruktur super aus. Den macht auch niemand was vor. Aber wir gehen ja jetzt gerade riesige Schritte in Richtung der Digitalisierung. Und das ist dann oftmals für jüngere Leute deutlich einfacher, auch zu verstehen und damit umzugehen. Und vor allem die Potenziale zu sehen, die dann die Anwender, die Kunden nachher haben würden, was dann wieder Geschäftsmodelle hervorbringt. Und genau das ist nämlich der Punkt, auch gerade bei der Energieversorgung. Es geht in Zukunft weniger darum, die klassische leitungsgebundene Energieversorgung zu organisieren, weil da verdient man heute schon deutlich weniger Geld. Stromversorgung, Gasversorgung, Wärmeversorgung, Wasserversorgung, ein bisschen außen vor. Da schwinden die Margen so nach und nach. Und das macht immer weniger Spaß, da praktisch die Versorgung zu organisieren, auch wenn man es machen muss. Aber wenn die Leute sich jetzt eben ihre Solaranlage bauen oder einen Speicher und vielleicht noch Elektromobilitätsinfrastruktur bauen, dann muss das ja jemand machen. Und bestenfalls, man hat ja eh Vertrauen zum Stadtwerk, wird das komplett abgewickelt über Dienstleistungen, die eben das Stadtwerk anbietet oder der Energieversorger vor Ort. Weil der sich ja sowieso auskennt, weil der sowieso seine Monteure und so weiter im Portfolio hat, seine Dienstleister, die dann das Ding da aufbauen, die das Ganze anschließen. Und dann kann man dem Kunden doch nachher wunderbar einen Vertrag mitgeben über die Wartung, die Abrechnung, das Energiemanagement und weitere Dienstleistungen eben auf Basis dieser dezentralen Anlage. Und dort verdient man dann Geld. Natürlich kann man das, ist ja gar keine Frage. Das ist also ein bisschen eine Leistungsverschiebung im Portfolio der Energieversorger, gerade der Stadtwerke, die aber ganz offensichtlich und logisch sind. Und das bedeutet eben auch, dass man in diesen Bereichen in Zukunft genauso Jobs haben wird, wie es bisher in der leitungsgebundenen Energieversorgung sowieso schon notwendig war. Heißt also auch, die einfachsten Sachen, die wir tatsächlich ja irgendwie automatisieren können, eine Zählerstandsplausibilisierung, das muss in Zukunft keiner mehr mit Hand und mit Interpretation machen. Das kann wahrscheinlich ein System auch von alleine. Das geht, das ist gar keine Frage. Auch wenn das vor zehn Jahren noch absolut händisch gemacht wurde, als ich 2011 in die Energiebranche kam, musste ich Zählerstände plausibilisieren, weil die Ablesekarte vom Kunden nicht einfach so automatisiert eingelesen werden konnte, obwohl das ein großes Haus war, für das ich damals so tätig war. Und gerade auch dann nochmal die Interpretation, hey, ist der Zählerstand wirklich richtig? Das geht auch nur bis zu einem gewissen Schritt automatisiert. Und irgendwann muss doch mal der Mensch drüber schauen. Aber wenn wir eben betrachten, über die letzten zehn Jahre ist das deutlich weiter vorangekommen und deutlich mehr Automatisierungspotenzial ist jetzt vorhanden, dann ja klar, wird das mit anderen Bereichen auch so nach und nach passieren. Aber eben immer nur bis zu einem gewissen Schritt. Und gleichzeitig entstehen ja auch ganz neue Geschäftsmodelle, ganz neue Wertschöpfungsmöglichkeiten, bei denen das Automatisierungspotenzial genauso schwierig ist. Und jetzt kommt jetzt der Hauptaspekt, warum ich sage, es macht auf jeden Fall Sinn, in die Branche zu gehen und es wird auf jeden Fall nicht allzu schnell einen riesigen Automatisierungsgrad geben. Die Energiewirtschaft, gerade die Stadtwerke, tut mir ja leid, aber die sind nun mal in einem miserablen Zustand, was Automatisierung angeht. Das ist nun mal so. Die Energiewirtschaft ist eine der konservativsten Branchen überhaupt. Und bis auf wenige Ausnahmen ist man hier halt wirklich noch so hinterm Wald und traut sich noch nicht so richtig hervor, um zu schauen, was man mit den technologischen Möglichkeiten, die es so gibt, noch überhaupt machen könnte. Und oftmals sind die Systeme eben auch versehen mit so einem, ich sage mal, Windows-98-Charme, der sich nicht nur in der Oberfläche so abbildet und es wirklich schwierig ist, damit umzugehen, weil es kaum intuitiv zu bedienen ist, sondern eben auch das gesamte Handling, der gesamte Prozessaufbau, die gesamte Prozesslogik kommt aus einer anderen Welt. Viele etablierte Lösungen der Energiewirtschaft sind ursprünglich 20, 30, ja sogar 40 Jahre alt und wurden immer nur weiterentwickelt. Die Softwarelösungen wurden immer nur weiterentwickelt, kommen dementsprechend aber auch aus einer komplett anderen Logik, nämlich aus dem monopolistischen System, wo praktisch die Geräte abgerechnet werden mussten, die Energiemenge auf dem Gerät musste abgerechnet werden. Da ging es gar nicht um den Kunden und das ist das Problem. Heute und morgen umso mehr geht es um Kundenzentriertheit und um Prozesse rund um den Kunden, weil der bezahlt doch schließlich und zwar nur, wenn er auch was davon hat, wenn er einen Mehrwert kriegt durch unseren Service und dann bezahlt er vielleicht sogar gerne noch ein bisschen mehr, weil Komfort und sowas, das ist alles Geld wert. Und dementsprechend muss man jetzt eben schauen, wie kann man den Kunden da ein bisschen begeistern und das sind eben Sachen, die dem jungen Blut ein bisschen einfacher fällt als unbedingt so den alten Hasen. Das heißt, die Energiebranche hat es ja auch dringend nötig, sich weiterzuentwickeln und braucht ganz dringend neue Leute, die eben auch die Ideen mitbringen und dann auch die Fähigkeit mitbringen, diese Ideen umzusetzen. Und dementsprechend, ja, auf jeden Fall. Automatisierung läuft sowieso nicht so schnell in dieser Branche und wird auch sich niemals bis zum absoluten Ende durch die Interpretationsaufgaben der Energiewirtschaft durchschlagen. Aber genauso gut gibt es eben auch einen derartig großen Wandel im gesamten Aufbau, der dann eben auch einen ständigen Aufwand mit sich bringt. Nicht nur die ständigen IT-Aufwände rund um die Umstellung, die wir sowieso kennen und schon immer haben, sondern eben auch die ganz neuen Ansätze, wo jetzt neue Geschäftsmodelle auch ein bisschen anders gesponnen werden müssen. Und da passiert eben noch eine ganze Menge. Smart City-Kontext, Smart Metering sind solche technologischen Sprünge im Vergleich zur alten Zählertechnik und Messtechnik und so weiter. Das ist gar nicht zu vergleichen. Und dementsprechend ist da noch lange, lange, lange viel zu tun. Und spätestens die gesamten Trends rund um die Energiewende, wenn man sagt, wir müssen die nächsten 10, 20, 30 Jahre, 40, 50 Jahre so viel mehr noch aufbauen, an erneuerbaren Energien, an Speichern, an virtuellen Kraftwerken, die das Ganze steuern, an Wasserstofftechnologien und so weiter. Da ist also jede Menge zu tun und zu managen und dann auch zu integrieren in die Alltagsprozesse der Stadtwerke und Co. Dementsprechend ist die Perspektive in der Energiewirtschaft, gerade im Sinne der Automatisierung, super. Das wird nicht allzu schnell ein Problem werden. Ihr werden in Zukunft eher nicht weniger Jobs in der Energiewirtschaft haben, nur andere. Aber das ist ja gerade für die Neuensteiger dann auch gar kein Problem. Von daher, ich kann es nur empfehlen, schaut euch an, wie das Ganze funktioniert, wie die Energiewirtschaft so aufgebaut ist und schaut dann eben, dass ihr hier einen perfekten Einstieg findet. Wir haben da zum Beispiel auch passende Unterlagen dazu, gar keine Frage, abgesehen von den 200 freien Videos hier auf dem YouTube-Kanal. Also, ich kann nur empfehlen, geht in die Energiewirtschaft, wenn ihr euch die Frage stellt. Also, Zubi, Werkstudent oder Quereinsteiger, macht es einfach. Diese Branche ist fantastisch. Die hat jede Menge To-Do's über die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Nur seid euch bewusst, die Branche ist halt in einem konservativen Zustand und dementsprechend auch etwas langsamer unterwegs, was Digitalisierung angeht. Vieles, was man aus dem Alltag kennt, gibt es in der Branche noch nicht unbedingt. Dementsprechend könnt ihr da vielleicht sogar die richtigen Impulse setzen. Okay, soweit eigentlich dazu. Habt ihr Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches dazu? Gibt es noch weitere Bereiche rund um die Weiterbildung und Ausbildung und den Job-Einstieg? Solche Anekdoten aus meiner eigenen Erfahrung und Vergangenheit mal mit reinbringen? Dann gerne unten in die Kommentare das mal schreiben. Und ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, damit ihr immer informiert werdet, wenn es ein neues Video von uns gibt. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die NG-Branche. Mein Name ist Carsten Eckert.